Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute der Bundesliga-Hammer Jürgen Klinsmann wird neuer Hertha-Coach. Jürgen Klinsmann soll Hertha wieder in die Spur bringen. Sensation in der Bundesliga. Jürgen Klinsmann kehrt offenbar auf die Trainerbank zurück. Der ehemalige Bundestrainer soll bei Hertha BSC den glücklosen Ante Czovic ablösen. Mit einem prominenten Co-Trainer. Jürgen Klinsmann wird nach Informationen der BILD bis zum Saisonende Trainer bei Hertha BSC. Assistent des Bundesliga-Trainers wird demnach der frühere Werder-Coach Alexander Nuri. Beide sollen sich in der Hauptstadt aufhalten. Klinsmann sitzt zudem seit einigen Wochen im Aufsichtsrat der Berliner. Eingesetzt wurde er als Investor Lars Winthorst, der in diesem Jahr für 224 Millionen Euro 49% der Anteile an der Hertha-Kommandit-Gesellschaft erwarb. Damit scheint auch die Trennung von Ante Czovic beschlossen. Dieser hatte den Job erst zur Saisonbeginn als Nachfolger von Pal Dardai angetreten, die Mannschaft aber nicht zum neuen Erfolgen geführt. Im Gegenteil, Hertha liegt mit 11 Punkten auf Platz 15 der Bundesliga und steht nur wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Fortuna Düsseldorf nicht auf den Relegationsrang 16. Die Berliner konnten keines der vergangenen fünf Bundesligaspiele gewinnen und verloren zuletzt viermal in Serie, darunter das prestigereiche Stadtderby bei Aufsteiger Union. Die desaströse Vorstellung am Sonntag beim 0-4 beim FC Augsburg ließ die Verantwortlichen nun offensichtlich handeln. Klinsmann soll mit dem befristeten Vertrag bis zur Saisonende einverstanden sein, damit der Klub Zeit gewinne, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Berichten zufolge hatte der Klub auch den beim FC Bayern entlassenen Niko Kovac angefragt. Dieser habe aber laut Kicker mitgeteilt, dass er bis zum Saisonende kein neues Amt übernehmen werde. Die Klinsmann-Lösung könnte nun bedeuten, dass Kovac, der selbst lange für Hertha spielte, ab kommender Saison nun wieder ein Thema wird. Klinsmann selbst war aus seiner bislang letzten Traineranstellung 2016 ausgeschieden. Seit 2011 hatte der Wahl-Californien die Nationalmannschaft der USA betreut. Von 2004 bis 2006 war er Bundestrainer. Dieses Amt gab er nach Platz 3 bei der Heim-WM auf. Co-Trainer Joachim Löw wurde sein Nachfolger. Der bisher einzige Klub, den Klinsmann trainierte, war der FC Bayern. Es blieb aber ein kurzes Intermezzo. Er trat den Job im Sommer 2008 an, wurde aber im April schon wieder entlassen und durch Jupp Heynckes ersetzt. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was sagt ihr dazu, dass Jürgen Klinsmann Hertha übernimmt? Also damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet, auch dass Jürgen Klinsmann überhaupt nochmal in Deutschland irgendwo Trainer wird. Nicht, weil ich ihn grundsätzlich fachlich schlecht finde, sondern, keine Ahnung, nach diesem kurzen Intermezzo beim FC Bayern, hätte ich jetzt gedacht, dass niemand es sich mehr traut. Ähnlich wie bei anderen. Zum Beispiel bei einem Lothar Matthäus oder bei einem, keine Ahnung, Basler. Auch wenn ich die beiden fachlich, glaube ich, sehr weit unter Jürgen Klinsmann einstufen würde. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von der Verpflichtung haltet und was ihr glaubt, was Klinsmann mit der Hertha noch diese Saison erreichen kann. Ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.